Am 12. März 2007 am Blackboard von 4chan veröffentlichte ein anonymer Benutzer ein GIF-Bild. Was sofort auffiel, war, dass die GIF-Datei nicht animiert war. Sie trug den Titel I'm-happy.gif und schien eine Zeichnung von einem Smiley nur mit realistisch aussehenden Augen und Mund zu sein. Menschen, die auf sie geklickt haben, sahen darauf und dachten, dass sich das Lächeln und die Augen des Smilies langsam bewegen würden und ihr Benutzer anstarren. Der Smiley würde dann laut schreien, laut genug, um das Trommelfell platzen zu lassen. Und grauenhafte Bilder von Vergewaltigungen, Bomben-Test-Opfern, abgetriebene Föten, verstümmelten Leichen und gefolterten Tieren erschienen auf dem Monitor. Nach etwa 5 Minuten wurde der Text »Habe noch einen schönen Tag« eingeblendet. Dann schließt sich der Browser plötzlich und etwas später stürzt der Computer wegen einem schwerwiegenden Problem ab. Es war ein Virus. Menschen, deren Computer infiziert war, wurden in ihren Häusern gefunden, gehäutet und verstümmelt. Mit einem Smiley-Gesicht aus Blut auf dem Boden neben ihren Leichen gemalt. Moot, der Gründer von 4chan, behauptet, dass das Bild nie existierte. Doch irgendwo in den Archiven existiert das Bild noch. Woher ich das weiß? Ich hab's kreiert. Woher ich das weiß? Woher ich das weiß? Woher ich das weiß? Woher ich das weiß? Vielen Dank.